Und wie sollen wir ihn nennen? Ich würde ihn für Lokomotivführer nennen. Lummerland ist vielleicht klein, aber es hat die selben Probleme wie überall sonst. Wir müssen Emma abschaffen. Niemals, Drami. Wir fahren weg. Und ich komm mit, du Penner. Es könnte gefährlich werden. Und tschüss. Halt dich gut fest! Das muss Mandala sein. Wir sind zwei ausländische Kaiserschein, würden gerne indische Lokomotivführer brechen. Mittel-Udeen. Schon dem folgen? Bist du jetzt witzig geworden oder was? Die hat nicht einmal tippen. Ich wurde von der wilden Dazen entführt. Ist das irgendeine Zeck-Stellung, die ich noch nicht kenne? Tim, halt dich fest! Lauf, Lukas! Was bringst du uns da? Einhundertjähriger Eier auf Salat aus Eischhörnchenohren. Richtiger Drache muss ganz schrecklich und fürchterlich sein. Ungefähr so. Aufhören! Du machst einem ja Angst. Echt? Niemals! Bärbischo! Ich bin Prinzessin Lissi. Bärbischo! Disability. Bärbischo! RABIS. Bärbischo& geschsepftet! Bärbischo! Vielen Dank.